Nachdem wir uns in den letzten Videos mit den Grundlagen der DNA und deren Aufbau und der Protein-Biosynthese auseinandergesetzt haben, geht es jetzt richtig ans Eingemachte. Dieses Bild hatte ich in einem der ersten Videos oder ich glaube sogar in mehreren der ersten Videos mehrfach gezeigt. Das zeigt nochmal, dass durch eine aktivierende Mutation im Zellkern irgendein Botenstoff innerhalb der Zelle überaktiviert sein kann bzw. nicht inaktiviert ist, was zur Folge hat, dass es eine permanente Signalübertragung innerhalb der Zelle gibt, die letzten Endes auch verantwortlich ist für Zellteilung und Zellwachstum. Kommen wir nun zum Herzstück des ersten Teils der Videos zum Thema Was ist Krebs? Wir schauen uns diese Mutationen genauer an. Was sind das eigentlich für Sachen? Was machen die? Was hat es damit auf sich? Und was hat das Ganze mit Krebs zu tun? Gut, in den ersten beiden Videos zu dem Thema möchte ich ganz wertfrei über den Begriff Mutation sprechen. Der ist ja in den 60er, 70er Jahren im Rahmen des Kalten Krieges eher positiv besetzt. Die ganzen Superhelden der gängigen Comicreihen zeichnen sich ja durch irgendeine Mutation aus, die ihnen irgendwelche übermenschlichen Kräfte vermitteln. Hier nochmal zur Begrifflichkeit. Das Wort Mutation kommt aus dem Lateinischen, bedeutet verändern oder verwandeln. Verwandeln ist ein Begriff, der nicht natürlich initial genetisch geprägt war, sondern phänotypisch. Also man konnte sehen, dass sich über Generationen Pflanzen oder Blumen verändert hatten und diese Veränderungen hatte man Mutation genannt. Heute wissen wir sehr viel genauer, um was es sich da handelt, nämlich um eine spontane, dauerhafte Erbgutveränderung. Beide Begriffe spontan und dauerhaft sind enorm wichtig und werden in späteren Videos auch nochmal genauer erläutert. Wenn man sich nochmal die verschiedenen Dimensionen anguckt, wenn man sich lichtmikroskopisch das Chromosom vorstellt, dann auf DNA-Ebene einzelne Abschnitte als Gen definiert werden können und noch mehr ins Detail gegangen diese Gene aus verschiedenen Basenpaaren bestehen, dann ist glaube ich klar, dass an jeder Stelle, also lichtmikroskopisch, bis hin zu den einzelnen Basen Veränderungen stattfinden können. Und das möchte ich Ihnen schon mal vorweg geben. Es ist in der Tat so, dass umso mehr wir in Richtung Basen gehen, umso mehr Reparaturmöglichkeiten hat die Zelle, das gegebenenfalls wieder auszumerzen und zu verbessern. Auf der anderen Seite ist auch glaube ich klar, dass so kleine Basenveränderungen, gerade wenn wir an den genetischen Code denken, aber dazu kommen wir im nächsten Video, nicht unbedingt immer eine wahnsinnige Auswirkung auf die Zelle haben müssen. Während umso mehr wir in große Abschnitte gehen, genetisch große Abschnitte wie ganze Gene oder womöglich ganze Chromosome oder ganze Chromosomenabschnitte, die Auswirkung auf die Zelle natürlich verheerender sein kann. Mutationen generell bezeichnen also Erbgutveränderungen, sei es in der Form, sei es in der Abfolge, wie auch immer. Man kann aber, je nachdem in welchen Größenordnungen man denkt, die auch noch mal ein bisschen genauer unterscheiden. Wenn ich davon ausgehe, dass das ganze Genom sich vervielfältigt oder in seiner Anzahl halbiert, also wenn sich die Anzahl der Chromosomen im menschlichen Körper verändern, sprechen wir in der Regel von Genommutationen. Genommutationen. Das ist ein relativ junges Feld eigentlich in der Forschung, gerade in der Krebsforschung, weswegen ich da auf ein eigenes Video verweisen möchte, was in den nächsten Wochen auf diesem Kanal auch zu sehen sein wird. Was aber eine enorme Relevanz hat, und das denke ich können viele der Zuschauer auch teilen, sind diese sogenannten Chromosomenmutationen. Im Gegensatz zu den Genommutationen betreffen die nicht den kompletten Chromosomensatz, sondern einzelne Chromosomen. Und da gibt es alle möglichen Ausprägungen. Es kann sein, dass von einem intakten Chromosom ein ganzer Abschnitt fehlt. Das nennen wir dann eine Deletion. Demgegenüber natürlich kann ein anderer Chromosomen Bestandteil eingefügt werden, was wir dann Insertion nennen. Das kommt im nächsten Video übrigens auch noch mal, wenn wir über die Genmutationen sprechen, dann auf Basenebene, also Deletion, Insertion kann vorkommen. Es können ganze Abschnitte vervielfältigt werden, zum Beispiel hier als Duplikation verdoppelt sein. Wir werden im nächsten Video auch von Amplifikationen sprechen, also wo der ganze Abschnitt mehrfach vorliegt, durchaus mehr als zweimal vorliegt. Der ganze Abschnitt kann sich einmal auf links drehen, das nennen wir dann Inversion. Und, und das ist für viele Patienten mit Krebserkrankungen relevant, es kann zu sogenannten Translokationen kommen. Also dass spezielle Abschnitte eines Chromosoms sich mit speziellen Abschnitten des anderen Chromosoms verbinden und es so zu komplett neuen Genprodukten kommt. Das Ganze hört sich jetzt sehr technisch an, es soll eigentlich letztlich nur sagen, dass durch diese ganzen Veränderungen es natürlich komplett andere Proteine als Folge haben kann oder komplett andere Proteine entstehen können. Wir vereinfachen uns den Ausdruck mit der Translokation oft auch, weil dann immer klar sein muss, was mit wem in welcher Form hin und her switcht und sprechen dann auch sehr gerne von sogenannten Rearrangements.